Oh, ich darf an. Okay. Wie wäre es mit Hanzo? Wie wäre es mit Hanzo? Ja, Vala werden wir auch gleich bannen. Ihr habt doch nicht wirklich gedacht, dass ich euch jetzt Vala gebe, oder? Du nimmst Anduin, ich nehme Uta, auch okay. Uta, Uta. Ist das dasselbe von vorhin? Nein. Oh, ja gut, nur wenn die Hooks klappen halt, ne? Mal risky. Hier ist ein Auto-Attack und da brauchen die... Bruiser. Okay. Und Auto-Attack. Hier so einen fetten Tychus. Wollen wir denen nicht geben. Ja, warum Tychus? Na ja, ETC ist halt die einzige Frontline und Tychus ist ziemlich bekannt dafür, die Frontline zu schmelzen. Dann kann ETC einpacken. Einpacken. Greymane, geile Idee. Greymane. Sylvie. Greymane und Sylvanas in einem Team. Oh, storytechnisch wird das irgendwie nicht funktionieren. Das wäre doch mal eine geile Sitcom. Greymane muss den Ehemann spielen, Sylvanas die Ehefrau. Und wir haben halt diesen Beef, weil, ne, Sylvanas hat den Sohn von Greymane getötet, auch wenn man sagen muss, unbeabsichtigt, der Fall war an Greymane gedacht. Dieses Sitcom würde ich gerne mal sehen. Haha! Anyone order a one man record group? Yeah! Sral, go! Worauf wartest du? Du zögerst das einfach unnötig hinaus. Pick doch einfach. We will forge a great destination. Oh! Wird es ein? Ein Twinblades Varian? Ich nehme mal an, es wird ein Arms Varian. Aber wäre schon witzig, wenn es Twinblades wird. Er hat einfach meinen Endwind Pick weggenommen. Ich frage mich, ob das einer dieser zerstörerischen Seratools ist. Einer, der immer wieder reinjumpt, kurzen Burstschaden wieder rausjumpt. Und dann hinher, 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 bis er irgendwann einen hat. Wenn er so einer ist, haben wir nur eine Chance. Ich muss ihn gestunt kriegen, während er reinjumpt. Und Kelter sollte besser mit seinem Stun ready sein, um zu folgen. Und wir müssen ihn in diesem Stun killen. Anders sehe ich keine Chancen, einen krassen Seratool zu killen. An Stunts fehlt es uns nicht. Uta hat. Kelters hat. ETC hat. Drei Stunts. Varian, wenn er aufs Spotten geht, aber wir wissen bis jetzt nicht, ob er das tun wird. Ich glaube, er geht auf Arms. Ich hoffe ein bisschen, dass er auf Fury geht, weil lange nicht gesehen. Wäre witzig, das mal wieder zu sehen. Hammer of the Lightbringer. Oh, Uta ist auch einer meiner Lieblingsheiler. Melee, heal, kann stunnen. Rüstung geben. Selber tanken, warum nicht? Rüstung gehen! Danke! Rüstung, Rüstung. go get him go get him champ go get him champ er verbrennt mich sorry kann sogar jetzt schon zum brunnen das ist am arsch ich muss ihn ablösen ja bro ich weiß du jetzt die kugel ich nehme sie dir schon schaffe ich es noch rechtzeitig ja baby ich schaffe es noch rechtzeitig die blitze wie fressen die blitze echt krass ja ich muss mal aneladen unsere graumähne mal heilen lass mich durch ich bin heiler genug mitnehmen den jungen noch voll heilen er ist bereit unser greyman ist ready ja wir haben schon mal so einen kleinen vorsprung hey dieser greyman der hat richtig ahnung habe ich das gefühl ist jetzt jeden zug den er macht der ist sehr präzise ja wir haben wir haben guten vorsprung das sollte uns gehören wer macht genau richtig er konzentriert sich auf ja gut jump 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 scheiße ich habe es nicht mehr hingekriegt ja katie ich folge die bro hier habe es scheiße der hat echt gut durchgehalten die 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 Ich muss Escort healen. Escort heal, finished, darf sterben, Flaming gönnt sich sehr schön, schönes Ding. Uh oh, uh oh. Divine Shield. Oh shit, almost went down. Oh lord you will not fight alone! ich komme nein es hatte doch so gut angefangen ich muss hoch ich komme oder ne das macht schon jungs helft mir helft mir oh seratul der holt sich da schon das camp diese kleine ratte alter der holt sich jetzt schon das camp ich ich okay muss das team heilen muss das team oh ja und jetzt serratul und jetzt richtige alpha es war gut ich glaube serratul wird sich jetzt trotzdem den katie holen ich glaube das ist einer dieser richtig frechen serratuls der denkt ich lasse euch zu gucken wie ich euren freund hole die 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 Ja, Seratul Stun, oh ja, Baby. Oh, Boys. Oh, Boys. Ja, gute Idee. Ich mag diesen KTC, äh, ETC, KTC, ey. KTC. Als hätten Kelters und ETC ein Kind gemacht. Das muss ein brutal hässliches Kind sein. KTC. Wenn wir jetzt auf die Map gucken, könnten wir schon vorher sagen, dass da. Könnten wir jetzt schon sagen. Oh, er gehört so uns. Der Varian ist, hat irgendjemanden auf, er hat die Fährte aufgenommen. Von wem? Seratul? Unser Varian geht ja nicht just for fun dahin, der hat irgendwas gespürt. Was ist das? 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 Oh mein Gott. Geil. Ich muss Kelters beschützen. Auf jeden. Count me in. Bin dabei. Ja. Ja, die Heilung kommt. Heilung kommt. Oh, ich sterbe. Okay, ich bin down. Aber okay. Ich bin für ne gute Sache gestorben. Guter Trait. 2 zu 1. Oh, oh. Äh, uncool. Dass wir uns hier splitten, sehr uncool. Ja. Genau das. Ein Brunnen ist es einfach nicht wert. Weil jetzt verlieren wir vielleicht die Objekte und damit das Game. Unsere Boys müssen das sehr schnell sauber machen. Gott sei Dank gehen die nicht nach oben. Gott sei Dank. Für die Licht. Hm. Wir werden holen. Gut gemacht. Wir haben einen Arcane-Punisher von den Dämpfen gespürt. Ich bin bereit mit einem Stun hinterher zu folgen. Das muss ein Kill werden. Der erste Sprung von diesem, von diesem Objekt muss ein Kill werden. Schade. Ja. Wir müssen da back. Geht nicht mehr. Und ich habe jetzt Redemption. Kann jetzt noch aggressiver sein. Kann sie Ratul einpacken mit seinem Fokus. Oh. 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 Cool. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Das war eine sehr krasse Idee. So eine Traps kommen immer wieder später in den höheren Ligen. Ich muss jetzt aufpassen, dass Seratul meine Boys nicht jump. Ja. Genug, genug. Das können wir jetzt nicht mehr pushen. in dieser Kampf. Ja. Wir sollten diesen Mercenari Camp abholen. Schau. Ah, Seratul die kleine Ratte. Ich bin der Hammer-Juessler. Was? Hat sich wieder unser Camp geholt. Irgendwie, ich habe so einen persönlichen Hass gegen Seratul. was? Wir müssen die Sport etwas ver张, was ist. Erlein Later. Ja. Ich bin der Schmerzer. Ich bin der Schmerzer. Was ist das die Musik der Schmerzer? Ja. Das ist sehr empfundiert. Was? ich krieg ihn nicht mehr raus ja ich kann den jungen nicht mehr skortieren das ist richtig scheiße gerade jetzt vor der objekt der tower hat mich sehr lange bombardiert ich muss seratul stun das dann muss ihn jetzt killen erst das problem bei meine honor i'm coming to assist the demons have unleashed a frozen punisher ja ich sie noch retten es ist in dem über krassen kuh blitz von tasser tasser da rein gesleidet sei einfach nur witzig aus war wirklich sehr witzig aus scheiße geil das haben wir gebraucht das haben wir gebraucht guter grey guter grey und das sie nehmen und die werden das sie dann nehmen wir könnten jetzt kills holen warum wir müssen jetzt zusammen sein kill ihn kill ihn geile scheiße sehr geile scheiße und jetzt können wir das finishen das ist ja ja Die Worm killt. Oh, ATC, du kriegst so viel damage, du kriegst so viel tower damage. Ja, wir haben grad den Vorteil, wir haben grad miesen Vorteil. Aber wir sind uns nicht einig, wir jumpen nicht zusammen. Geil, das, 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 genau das. Nein! Ah, bring ihn um! Yes, oh, oh, ein kompletter Sieg. Ich wusste, dass Seratul auf Keltas springen will. Habe mich bereit gehalten, um instant den Stun in ihn reinzudrücken. Keltas hat's gesehen und dachte sich, danke, Bro. Jetzt da nicht hinterher und wir killen ihn. Und Grayman hat's auch gesehen und dann Roar! Airpac. Ich ole, das war gut. Abonniert das Gerät. Abonniert die Gerät. Bis zum nächsten Mal.